Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann Die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann und von LGBTIQ-Menschen der Stadt Bern setzt sich konsequent für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen, Männern und nicht-binären Menschen ein. Alle Menschen, die in Bern leben und oder arbeiten, sollen unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer sexuellen Orientierung dieselben Chancen haben, selbstbestimmt und frei von Diskriminierung ihre Lebensentwürfe zu verwirklichen. Dies die Vision Um diese Vision zu erreichen, arbeitet die Stadt Bern mit deinem Aktionsplan Gleichstellung. Sie finden den Link dazu unter diesem Video. In den folgenden Videos werden einige ausgewählte Gleichstellungsschwerpunkte etwas näher erläutert. Im ersten Video geht es um die Gleichstellung in der Erwerbsarbeit. Im zweiten Video geht es um die Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen. Sie finden im zweiten Video zudem ein Glossar zu wichtigen LGBTIQ-Begriffen. Auch für alle weiteren Anliegen im Zusammenhang mit der Gleichstellung von Frauen, Männern und von LGBTIQ-Menschen haben wir ein offenes Ohr. Wir beraten Sie gerne zeitnah und kostenlos per E-Mail gleichstellung.atbern.ch oder per Telefon. Sie finden diese Informationen in der Box zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. Das war nur, was wir auf mich benévres. Untertitelung des ZDF für funk, 2017